Die Blutzuckermessung durch den Sanitäter kann in verschiedenen Situationen hilfreich sein. Insbesondere bei Patienten mit Bewusstseinsstörung, deren Ursache unklar ist oder bei Patienten mit Diabetes als bekannter Vorerkrankung. Vor der Durchführung ist der Patient über die bevorstehenden Maßnahmen zu informieren. Für die Blutentnahme ist der seitliche Rand der Fingerbeere vorzuziehen, da hier die Schmerzempfindlichkeit geringer ist. Möglichst nicht am Daumen oder Zeigefinger stechen. Alle notwendigen Materialien sind bereit zu halten. Folgender Ablauf ist empfohlen. Teststreifen entnehmen, die Dose wieder verschließen, die Entnahmestelle desinfizieren, Einwirkzeit abwarten, eine Stechhilfe entnehmen und den Finger des Patienten punktieren. Den ersten Bluttropfen mit einem trockenen Tupfer abwischen. Den nächsten Bluttropfen auf den Messstreifen aufbringen. Trockenen Tupfer auf die Einstichstelle drücken, gegebenenfalls ein kleines Pflaster aufkleben. Messergebnis ablesen und dokumentieren. Stechhilfe und Teststreifen im Abwurfbehälter entsorgen. Tupfer auf die Einstichstelle drücken. Tupfer auf die Einstichstelle drücken.